Oder ihr habt ein Vorstellungsgespräch. Es ist ein Verkaufsgespräch. Du verkaufst dich als den perfekten Azubi für diese Lehrstelle. Es ist auch Verkaufen. Wir sind auf dem Weg zur Matthias-Claudius-Schule, Gesamtschule in Bochum. Und dort gibt es eine richtig gute Sache, nämlich es gibt die Junior-Akademie. Die Junior-Akademie heißt, die Schüler nach der Schule dort verschiedene Kurse besuchen können. Unter anderem gibt es einen Kurs. Die Schüler bekommen dort ein Auto geschenkt oder kaufen das für wenig Geld. Und dann wird das Auto restauriert. Ein Jahr lang, ein Schuljahr lang. Und die lernen dann eben, wie man das macht in der professionellen Werkstatt, eben dann in ihrer Freizeit nach dem Unterricht. Am Ende des Schuljahres wird dann dieses Auto, was sie dann restauriert haben, das wird verlost. Nicht verkauft, sondern verlost. Man kann Lose kaufen, ich glaube für 10 Euro und hat dann die Chance, Hauptgewinn dieses Auto zu kriegen oder eben iPad oder was es sonst so gibt. Ich finde es super, dass die Schüler diese Gelegenheit haben, da was zu lernen, dass sie was Sinnvolles machen in ihrer Freizeit. Und wir unterstützen das jetzt im dritten Jahr, das ist jetzt die dritte Vertriebsoffensive, wo diese Schüler mit dem Auto in die Halle kommen und sie die Gelegenheit haben, dann die Lose an die Teilnehmer in der Veranstaltung zu verkaufen. So, und damit das richtig gut funktioniert, machen wir jetzt zwei Stunden Verkaufstraining für Schüler. Wir gucken mal, ob wir hier auch parken können, Gesamtschule, da ist es. Wir halten schon den Verkehr auf. Ich weiß auch nicht, wie viele das jetzt sind. Wir waren letztes Jahr schon mal hier, da gab es auch einen Vlog dazu. Und da waren das irgendwie so 10 oder 12, ich glaube fast alles Jungs. Also die haben auch viele Lose verkauft, die haben viele coole Gespräche geführt. Fand ich super. Und das ist, was Besseres gibt es doch nicht, als so die Kontaktängste abzulegen, fremde Leute anzusprechen, zu argumentieren, abzuschließen. Also alles Verkäufer-Tugenden. Und das alles lernen die jetzt schon 7. bis 13. Klasse. Finde ich super. Und das ist ein Lehrer, der Kolotzi, der das alles organisiert, der da immer hinter steht. Und das finde ich auch super. Der ist mega engagiert, interessiert sich auch für das Thema Verkaufen. Ja, so, also. Wie viel haben wir denn? Wir haben ein Viertel vor, wir können noch einen Moment warten. Das geht dann heute von 6 bis 8. Dass ihr nur so ein bisschen Atmosphäre schnuppert und ihren Eindruck bekommt, was passiert da. Ja. So, dann gehen wir jetzt mal rein. Auf der anderen Seite der Kamera ist der Gabriel, der mich heute begleitet. Und gucken wir mal, was rauskommt. So, Gabriel, wir gehen rein. Ja, Sie warten dann hier auf dem... Weiß ich nicht, wenn Sie uns reinlassen auch, aber es ist eigentlich schön. Wir warten draußen im Moment. Das ist gut. Schön, Feierabend, schönes Wochenende. Ferien. Ah, stimmt. Ja. Oh, schade. Nächster Termin in der Matthias-Claudius-Schule in Bochum. Gabel ist dabei. Gabel macht den Vlog. Ah, wir können schon rein. Wir haben Ferien, habe ich gerade erfahren. Das ist der Gabriel. Hallo. Moin. Das ist der Gabriel. Genau. Heute letzter Schultag. Heute letzter Schultag. Genau. Der Vorteil, was er denn so am Smart ist. Wir haben Smart gewonnen. Okay. Wir stellen fest, dass die Gespräche viel häufiger darüber gehen, Gutes tun. Ja. Und irgendwie Bildung. Und Schüler machen das jetzt irgendwie. Und offensichtlich irgendwie eine Schule, die Aktionen macht, die anders sind als normal. Das sind so eher die Gespräche und dann auch die Entscheidungen, die dazu führen, jetzt Okay, also Moral, also das ist gut. Ich glaube, dass das... Gut. Bing, 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 bing. So. Oh, Christmas-Schokolade. Ist schon so weit. So. Herr Korn hat mir gerade gesagt, wir sind ja jetzt in den Ferien. Wir haben praktisch schon Ferien. Ich auch. Und trotzdem seid ihr hier. Und jetzt höre ich auf zu quatschen und freue mich auf den Abend mit Ihnen. Schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank. Und los geht's. Ich richte Ihnen das hier noch ein. Jetzt gucken wir uns mal an. Was ist denn verkaufen? Verkaufen ist, wenn du ein Mädel gut findest. Du sprichst die an. Und du willst die Handy-Nummer haben. Dann verkaufst du dich. Oder ihr habt ein Vorstellungsgespräch. Das ist ein Verkaufsgespräch. Du verkaufst dich als den perfekten Azubi für diese Lehrstelle. Das ist auch verkaufen. Also, das Erste ist ansprechen. Ihr müsst es tun. Ihr könnt am Auto stehen und darauf warten, dass euch jemand anspricht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist so groß, dass irgendjemand kommt. Was soll denn passieren? Kein Los verkauft habt ihr schon. Was soll denn passieren? Es kann nur besser werden. Normal für die Jungs? Keine Vorstellungsgespräch. Kann nur besser werden. Wie sehen aus, als würden Sie ein Auto gehen. Geil, so geil. Vor allen Dingen, wenn dir der jetzt gefällt, kannst du den 500 Mal machen. Weil du sprichst ja jedes Mal jemand anderes an. So, jedes Mal. So, kommst du, sprichst mich an. War schwer, ein paar Fassistenz, ne? Jo. Die ist alles voll. Musst ganz schön weit laufen. Ja, mit dem Smart kennen Sie ganz einfach fragen. Sie fassen in jede Lücke rein. Ja, ich habe keinen Smart-Kern. Wen können Sie heute gewinnen? Okay. Sie kaufen ein Los von mir am besten Nebel. Dann könnten wir den Smart-Drucker bis nach Hamburg fahren. Und dann ein gewonnenes Wochenende-Habdrehen. Okay, gut. 70. 70. 70. 120. 120. 80. 80. 120. 130. Ich kann morgen wieder morgen gehen. Wo sind Sie hier? Bei mir ist es passiert. Man wird die Lote ja auch nicht nur irgendwo verkaufen, sondern generell. Alles klar. Und ich freue mich darauf, es ist ein cooles Erlebnis. Und da bin ich gespannt, was ihr dann später berichtet, Sonntagabend. So, vielen Dank, Atak. Ihnen glaube ich, sehr, sehr, sehr viel 여기. Vielen Dank. Ich freue mich. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020